Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Tatwaffe-Gleichgewicht Tatwaffe gehört zu den Urgesteinen des deutschen Rap und ist seit mehr als 20 Jahren sowohl als Solo-Künstler als auch als Teil der Rap-Gruppe die Firma am Start. Sein letztes Solo-Album, Sternenklar, erschien im August 2016 und liegt somit schon mehr als 4 Jahre zurück. Jetzt steht das neueste Album von Tatwaffe an. Gleichgewicht beinhaltet 18 Tracks, Features kommen unter anderem von BOZ, CR7Z und Oli Bagno. Das Album erscheint als CD und auch als Box. Loredana Medusa Das letzte Album von Loredana, King Laurie, erschien im September 2019. Etwas mehr als ein Jahr später steht nun das zweite Album der geborenen Schweizerin an. Medusa beinhaltet 12 Tracks, Features kommen von D-Lara und Ufo361. Das Release kommt über Loredana und erscheint als CD und auch als Box. Absent Pages Absent ist ein junger Rapper, der in den letzten Jahren eine Vielzahl von Releases veröffentlicht hat. Sein letztes Release, Three Steps Apart, erschien im Juni dieses Jahres. Knapp ein halbes Jahr später steht nun mit Pages sein neuestes Album an. Die genaue Tracklist wurde noch nicht bekannt gegeben. Features kommen unter anderem von Indigo und Mokuba und das Album erscheint als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf! Tschau!